Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Sniper Ghost Warrior 2. Jawohl, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Ich musste zurücklaufen. Ja, war nicht so toll, aber ich musste halt. Es kommen mehr. Die sind wirklich in Eile. Hier lang. Einen Augenblick mal bitte. So, da bin ich wieder zurück. Jawohl. Weiter geht's. Oh, meine Maus ist so komisch, finde ich. Ja, ja, ich muss mal die Drecksarbeit machen. Gute Nacht, Marie. Geh schön schlafen. Verstehe, ich geb dir Deckung. Ach, du Scheiße. Aw,, oh. Okay, ich bin, ich bin ich. Oh, край Bu stacking. Ah, ah, ah. Jawohl. Perfekt würde ich sagen. Roger. Jawohl. Na gut. Okay, wenn ihr das meint, dann gehen wir halt oben aufs Dach. Das war nicht so gut für die Bosnien dahinter, aber für uns ist es ziemlich gut. Merinov ist nicht an Selbstmord interessiert, deshalb wünsche ich Ihnen einen guten Tag. Ich bereite euren Abzug vor. Trefft mich an der Zufahrt zum Highway. Ich warte eine Stunde, dann verschwinde ich. Verstanden. Verpiss dich. Weitmann sein. Nimm die Geister von Sarajevo in Friedenruhe. Okay. Drücke B. Da ist Sladig. Mindestens sieben weitere Feinde. Innen sicher noch mehr. Das wird zu krass. Das ist auch nicht anders als im Irak. Wir müssen zurechtkommen. Wird Zeit, den Sensenmann auszuschalten. Du bist am Abzug, Boss. Ein Schuss. Mach was draus. Erledigt! Alter. Scheiße. Danke. Alles okay, Partner. Wir wollen ja nicht, dass dir was passiert. Scharfschützen! Halte Ausschau nach Sonnenstrahlen, die von ihren Zielfernrohlen reflektieren. Gib sie ihnen! Falscher Knopf. Gute Nacht. Nein! Feuer drauf! Los, Kuh! Wo ist er? Feinde bewegen sich in unsere Richtung. Feuer frei! Ich glaub, die sind angepisst. Hehehehe. Hehehehe. Gib sie! Ich muss nachladen, so ne Scheiße. Du kleines Arschgesicht, Alter. Geh zu deiner Mama. Lass den Mistkerl nicht entwischen! Ziel zweiter Stock, linke Seite! Das müsste passen. Langsam hab ich's drauf, ohne Dingens. Zeit abzuhauen. Ohne diese Hilfe. Mein erster Hilfe-Koffer mitgenommen. Dann laden wir erst nach und lassen sie erst kommen. Jawohl, da haben wir ihn in die Nüsse weggeknallt. Der ging nur in die Schulter, ist er wirklich tot? Kommt, wir haben einen Termin. Kommt, wir haben einen Termin, ja. Hey, meine Freunde, ich hab die Neuigkeit schon gehört. Wir haben viel zu feiern. Lass den Scheiß. 100 serbische Milizen sind auf dem Weg hierher. Es war Zeit, dass wir abhauen. Klar, klar. Doch, vielleicht ist noch Zeit für einen Drink, hä? Ein Toast. Auf die Gerechtigkeit für die Geister von Sarajevo. Lass den Scheiß. Du hättest lernen sollen, wie man das Leben genießt. Jetzt ist es vielleicht zu spät. Scheiße, so ein dreckiger Verräter, Leute. Echt. Ah, ich fass es nicht. Naja, fortfahren. Da gibt es wieder einen kurzen Leck. Immer wenn er abspeichert. 14. April 1993. Mr. 32, berichten. Haben Sie den Beweis bekommen? Over. Mr. 32, können Sie bestätigen? Du siehst deinen Beweis bald, Ami-Schwein. Dann sterben deine Männer in Sarajevo. Okay, mir kommt Bonili. Wir drücken Enter. Okay. Ach, der haut auf ihn meine Mutter. Warum ist dieser Mann noch hier? Er sollte auf dem Film sein. Merina will sicher gehen, dass die Amerikaner als die Bösen dastehen. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Wadisch ist tot, man wird sie beschuldigen. Und wir kriegen die Waffe. Und sie haben das Geld für uns transportiert. Was machen wir mit dem hier? Er hat unseren großen Kommandeur getötet. Er soll richtig leiden. Oh, nicht, dass wir gleich irgendwas machen müssen. Na, die Hände wieder. Aufgeräumt hier. Okay. Nur vier Geschosse in dem Teil. Verdammt. Riecht nach Nahkampf. Ja, und sehr, sehr leise sein. Oh, was war das? Habe ich mich gerade erschrocken? Ah, hatte ich mich gerade. Ich bin schon in der Stadt. Ich bin nur auf dem Weg. Ich bin nur auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Ich muss die Mathematik für mich, wie ich mich auf die Welt empfangen. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Hey, ich bin nicht mehr auf dem Weg. Das ist so, ich bin zuerst. Was ist da? Wir haben jemanden da? Okay, weiter geht's. Küsst die Waldfee. Und zwar schnell. Scheiße. Wie machen wir das? Ich denke mal hier rüber. Penner sieht uns nicht, der wird uns nicht sehen. Da liegt die Ausrüstung. Einmal Q drücken und dann nehmen wir uns hier noch das neue mit. Jawohl. Ab geht's. Wo müssen wir hin? Zurück. Ich krieg sofort hier einen Headbutt. Bäh, Headshot meine ich nicht. Uniform. Razor 32. Komm. Bestanden 32. Wo zur Hölle waren Sie? Wir haben drei Stunden nichts von Ihnen gehört. Wurden vom Feind festgenommen. Werden noch hat uns verarscht. Halten vorerst Funkstille. Hier ist es nicht sicher. Ja. 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 Ich hab mir eingedrückt. Ich hab mir eingedrückt. Scheiße. Scheiße. Uniform. Was ist Sache mit diesen Marsern? Sieht aus, als ob Straßenkämpfe ausgebrochen sind und die Serben wahllos auf die Gebäude ballern. Die Menschen. Sieht aus. Sieht aus. Sieht aus. Ich habe einen kleinen Schwerpunkt in der Hand mit einem kleinen Pfeil. Was? Lass uns erst mal kurz weiter, als wir uns die Krohren schrauben. Sieht aus. Sieht aus, Mensch. Wir haben einen Angriff. Wir müssen irgendwo hin. Wir können ihn hier haben. Wir können ihn noch nicht. Sieht aus. Sieht aus, die Amerikaner sind in dem Land. verstand verstärkt kommen wieder zurückkommt zu papa das ist so ein headshot ich sage erstmal vielen dank fürs zuschauen bei sniper ghost war 2 mein name ist gabur und bei der next folge geht es hier weiter jawohl bis demnächst